hallo euer wahlküchner mit retter und willkommen auf meinem rosenkanal und zu einem kleinen fluffiger die demo von dayshifted pepperoni 2. ich habe an dayshifted pepperoni mal im livestream gespielt ich würde sagen wir starten einfach mal ein new game lassen wir uns überraschen schöne grüße hier an dieser stelle an pascal da ja dayshifted die ganze sachen die alt liebt grant grant re-opening so we are back back at freddy's let's hope things go better than the last time hey welcome to freddy's pepperoni thanks for a play a playing people don't usually want to wear a carer here because of the accident that happened at most freddy's choice anyways may i ask you may i ask for your name using super space roosty roosty Okay, oh, thanks for that. So, did you ever work at Freddy's before? Yeah, I did. Nope, it's my first time. Yeah, I did. Natürlich. Oh, cool. You should probably already know the basics then. Natürlich, the crazy basics. So, anyways, do you want a tour through the place? Sure thing. Okay, tour schon mal gut. Okay, let's get it going. Yeah, let's get it going. This is the prize corner. It's where people buy prizes and stuff. And right there is our music box. It's where the puppet sleeps. The puppet? What? The puppet sleeps here? Yeah, the puppet. It's actually an animatronic from Fredbear's Family Diner. Seriously? Actually, who was the freak who designed that thing? Why is it so good? This is the dining area. It's where people eat pizzas and stuff. And there's the main stage. Where Freddy, Bonnie and Chica Parfum. Where are the animatronics? Who sit there? They didn't arrive yet. They're probably still in the factory. Warum seht ihr in der Fabrik? This is the main hallway. Up there is the party service room. Where we keep broken animatronics and the skeletons. That kind of stuff. And in the end of the hallway is our safe room. It's where the performers put on their sweets. There's also the snack machine right there. In case you don't feel like eating rotten pizzas. Well, that's the most important rooms of the place. Now let's go to the office. We can do the paperwork there. Oh ja, endlich mal hier einen Vertrag unterschreiben. Ja, verstehst du? Well, there we are. Ja, here we are. The office. Now to become a Freddy's employee. You just need to sign this paper. Is this safe? Of course. Of course it is safe. Sign paper. Okay. Good. God forgive me. Well, now you are obviously a Freddy's employee. Where do you start your work? Do you have any questions? Nope. Sure. So today I just want to sweep the floor. Simple task. The broom is in the supplicloset. Just below the prize corner. Got it? Got it. We're going to interact with the scenario, so we can find something. First of all, save. You are definitely not having fun. No. The fucking chicken. Oh. The bunny without a face, but now it has a face. Jeez. Ballon. The soldier, I mean, the visual, the bob, it dive in. Oh, yeah. This is crazy, right? Throw the ball pit. What? I think I'm dead, right? Oh, this is crazy. Guys, I'm totally pissed at the beginning here. Ich glaube, das soll ich hier erwischen, oder? Aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Oh. A snack machine. Buy a snack. Marsch. Ich habe nicht genug Geld. Oh, the fool made that. A golden Freddy hat. Nice. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo dieser scheiß Wischer ist. Hier kann ich nichts tun. Da sagt er auch nichts. This brings back bad memories. Oh, yeah. This is aber crazy. Wie gesagt, ist ja nur eine Demo, ne? Aber so macht es eigentlich ganz Spaß, oder? Vor allem, es geht eigentlich auch relativ zügig, finde ich. Piss, yeah. Crazy. Ich save lieber mal. Lieber mal save. This is crazy. Was denn das? Wo muss ich denn jetzt hin? Keine Ahnung. You look inside the music box and find a creepy looking puppet. What? Wir haben a puppet gefunden. A doggo. Haug. Hier sagt immer nichts. Also hier scheinlich er... Ah, da ist der Besen. Habt ihr gesehen? Juppen bin ich. Ich spuck schon wieder aufs Laptop-Besen. A prompt, take it. Yeah. Aber das muss man hier sauber machen, ne? Hier ist ein bisschen Dreck. Yeah. Dann cleanen wir das mal alle schnell. Jetzt haben wir auch hier gesauber gemacht. Bin ein bisschen fleißig, ne? Haben wir auch sauber gemacht. Jetzt fehlt nur noch das hier. Dann speichern wir mal wieder. Immer schön speichern. Äh, ich hab jetzt eigentlich alles aufgewischt, oder? Den ganzen Dreck hier hab ich jetzt ein wenig gemacht. Ich seh nämlich jetzt kein Dreck mehr. Du, 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 du. I don't think you should play games now. Phone man may be watching you. The phone man. Beobachtet uns. Big Brother is watching you, oder was? Ja, so geht's aber nicht hier. Ja, was ist jetzt? Jetzt steht die Musik ab. Gott sei Dank. Ah nein, da springen wir lieber nicht rein. Nein, jetzt kommt die Musik wieder rein. Kann ich da oben auch noch was sauber machen? Weil, wenn ich schon mal am Wischen bin, kann ich überall wischen. Verstehste? I can't enter the moments bar so. Oh, jo, jo. Ja, ja. Können alle aufs selbe Klo gehen hier. Ah, da oben war ich schon. Soll ich jetzt eigentlich wieder zurück zum Phoneman? Und ihm sagen, hallo du Arsch, ich bin fertig mit meiner Arbeit, oder was? Könnt ihr mal, ne? Ah nein, da waren wir ja schon. Wie gesagt, ist ja nur ne Demo. Ah, da können wir mal in die Küche was essen, oder so. Und Hauptmessen, Essen ist schon gut. Wie schön kommt, wie es blablabla. Ich darf nicht ohne dem Chef seine Erlaubnis kochen. Better not touch that. Jo, give fun. Wollen wir halt mal nen Chef suchen, ne? Damit er uns neue Instructions gibt. Ich habe eine Frage. Ich habe meine Aufgabe. Danke. Den Tag hätten wir um 6 Uhr. Cool. Alles sauber gemacht, können wir gehen, ne? Feierabend. Feierabend! Go home. Nice. Ich habe mich mal gespannt, ob es noch weiter geht. Wird es noch mal weiter gehen? Today was an okay day, yes. You made your boss, looked around the pizzeria, sweeped the floor. Yes. Hammer gemacht. Das brings back many memories. Oh ja. Viele Erinnerungen wecktes in mir. Was getan ist, ist getan. Wir sagen adieu und gehen heim. Morgen ist ein anderer Tag. Ein neuer Tag. Eicht so. Natürlich will ich speichern. Na, wir speichern mal hier. Oh, es ist einyardEST Tag. Das ist eigentlich aus. Das ist ein programmier. Ja, ich kann es nicht mehr so sein. Oh, ich hab dir den nicht mehr. Was? Oh, hey. Du hast sie mal auf den Fall. Ich hab mich damiti. Du hast sie mal hier. Du bist die Henrik, Wörter. Na, ich weiß nicht. Du bist die Phantom. ein bisschen was heißt looking for those crappy laws and ships right yeah yes I am so you later attack newcomers until your trip what remember you can always push the yellow blocks if you are blocking your way what the hell was soll ich nicht tun keine Ahnung aber das ist und Das ist verrückt. Was war's das für ein Ge- und was das für... Ist das crazy, oder? Da blick doch... Da blick doch... Ich kann jetzt leider nicht speichern. What? Guck... Guck... Really, was ist jetzt? ... Äh... What? Wie, wie soll... Wie soll denn das jetzt funktionieren hier? A emba... Ok... Äh, hallo? Äh, wieso man da durchkommt? Ich komm da oben nie durch. Wieso bin ich da vorhin durchgekommen und jetzt komm ich nicht mehr durch? Wie, wie soll ich das hier schaffen? Ja, 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 ja. Du wirst ja mit der Hund in der Falle verrückt hier. Ja, 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 da rutscht dich scha... Ja, Freund, ich würd sagen, ich komm jetzt zum Ende, weil das blicke ich ja absolut nicht. Das war mal ein kurzer Einblick in die Demo von Dayshifted Pepperoni. So, ihr könntet es gerne selber runterladen. Gibt's auf GameJolt. Ich bin eigentlich bei euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet auf meinem großen Kanal. Bewertet euch dieses Video, schreibt was in die Kommentare. Wollt ihr noch kein Abo habt, köpft mit Deugend, Play, Set, Baumbus, Subscribe und Channel. Ansonsten genießt das Leben, enjoy life, Habt Spaß miteinander, verhaut dich. Und bis zum nächsten Mal. So, tschö, mit dir und Fingerdinger. So, euer Rösti-Rettner. Tschö, good bye, tschau.